Also irgendwie kommt mir die ganze Geschichte mit dem Anschlag doch ziemlich respekt vor. Der Stefan wurde inzwischen gefunden. Was ich gestern berichtet habe, das war wahrscheinlich nur der Doppelgänger von dem Stefan. Oder er hat ein zweites Profil mit leicht abgeändertem Foto. Kann auch sein, weiß man nicht. Jedenfalls, ich sage mal, Stefan sollte im Lotto spielen. Bei so den Zufällen, die er so hat, dann gewinnt er bestimmt auch öfters mal im Lotto. Ich war in seiner morgendlichen Runde mit dem Hund unterwegs und hat hier zu unserer linken Seite eine blutverschmierte Jacke gefunden. Daraufhin ist er ein Stück weiter hochgegangen, wo ein Portemonnaie gefunden wurde. Bei diesem Portemonnaie war ein Aufenthaltstitel, was dann unmittelbar der Polizei ausgehändigt worden ist oder beziehungsweise übergeben wurde. In der Tagesschau wurde dann plötzlich das hier ausgestrahlt und ihr könnt euch selber noch mal ein Bild davon machen. Dann hat sich ein Mann bemerkbar gemacht und hat auch einen Streifenwagen herangezogen und hat darauf gewartet, dass Beamten zu ihm kommen, hat die Hände hinter dem Kopf verschränkt, ist auf die Knie gegangen und hat zu den Beamten gerufen, ich bin der, den ihr sucht. Ja, alles klar. So, ich bin der, den ihr sucht. Also ich fasse nochmal zusammen für die Leute, die jetzt vielleicht den Sinn dahinter nicht verstehen. Erst ist sein Schwager morgens mit dem Hund gegangen. Dann hat der Schwager die blutverschmierte Jacke gefunden. Ein paar Meter daneben lag ein Portemonnaie und in dem Portemonnaie war der Aufenthaltstitel des Täters. Also Solingen hat eine Einwohnerzahl von 159.000 und ein paar zerquetschte. Das kommt alles hin. Das glaube ich auch sofort. Auf jeden Fall. Also man kann meinen, dass alle im Urlaub sind, ja, auf der Straße. Nur Stefan und sein Schwager sind da unterwegs. Vor allen Dingen auch mal den Selbsttest machen, wie lange ein Portemonnaie auf einer Straße liegt. Aber dann taucht er auch noch kurz bei Phoenix auf und das sah dann so aus. Hier unterhalb der Kirche, der evangelischen Stadtkirche am Frohnhof in Solingen, dort oben auf dem Kirchplatz, ist für 18 Uhr eine Kundgebung der jungen Alternativen geplant. Da! Und da ist er! Hier! Ja? Stefan taucht wieder aus dem Nichts in Solingen auf. Ja. Die andere Sache, die irgendwo ein bisschen an den Horn herbeigezogen ist, der Typ, ich suche es damit Vornamen, laut arabisch-deutscher Übersetzung ist das Jesus. Der Name ist, er heißt Jesus. Zumindest nach der heutigen Übersetzung. Ich habe hier von 1850 eine Bibel, die sagt, das noch etwas abgewandelt. Heute steht in der Bibel, ich bin der, den ihr sucht. Mit genau diesen Worten hat er sich bei der Polizei gemeldet. Was weiter ein bisschen Respekt ist, es gibt wirklich keine Videos von der Tat, von der Festnahme. Ich sag mal, die Polizei hätte doch wenigstens bei der Festnahme noch. Die haben doch alle ihre Bodycam. Keine Ahnung, warum nicht mal da ein Video aufgetaucht ist. Und wie gesagt, es rennen, alle Leute haben ein Handy dabei. Und bei allen möglichen Veranstaltungen ist doch eigentlich immer einer dabei, der alles um sich herum filmt. Aber es gibt keine Fotos von Opfern. Mittlerweile hatte ich irgendwo was gelesen. Ich finde es jetzt nicht. ein Sportverein hat. Haben sie einen Mann umge... Ne, die Frau ist gestorben. Und der Mann hat... Da wacht sie dann aus dem Koma auf. Irgendwann ist sie zu sagen über den Berg. Schon ein bisschen traurig. Was auch noch komisch ist, dieses Täterbild ist laut Überprüfung zu 90% von einer künstlichen Intelligenz erstellt worden. Der Stefan sieht halt, wie sie den verhaften. Und kurz vorher oder kurz drauf findet sein Schwager die Jacke. Schon lustig. Wenn es nicht so traurig wäre der ganze Anschlag. So. Ja, jetzt fragen sich natürlich alle Leute vollkommen zurecht. Wer ist denn jetzt der geheimnisvolle Stefan, der durch Solingen läuft? Und es ist der Stefan Niesen. Ja, und da habe ich nämlich auch was gefunden. Und zwar beim Blaulicht Report in Solingen. Da taucht er kurz auf. Das möchte ich euch hier auch nicht vorenthalten. Und zwar hier. Blaulicht aktuell in Solingen. Und hier ist er einmal zu sehen. Ich weiß, es ist sehr klein, das Foto. Wir kommen aber gleich zu größeren Fotos. Hier ist er einmal zu sehen. Und dann ist er auch nochmal hier zu sehen. Das ist der Stefan. Ich weiß, für viele jetzt viel zu klein. Haben wir ihn. Ja. Denn der Stefan Beschorner, also der von den Grünen, hat plötzlich sein Facebook-Profil auf Privat gestellt. Auch sehr eigenartig. Obwohl er ja gar nicht der Zeuge ist, hat er plötzlich alles auf Privat gestellt. Und man kann seine Bilder nicht mehr sehen, außer sein Profilfoto. Weil man konnte nämlich gestern noch, vor 24 Stunden ungefähr, konnte man alle seine Bilder sich angucken. Wo man dann so denkt, naja, du bist doch gar nicht der Zeuge aus dem Video. Warum sperrst du denn jetzt dein Profil? Sehr, sehr eigenartig. Und vor allem, ich zeige es euch hier auch mal. Hier, das ist das Profil von Stefan Beschorner. Hier, Beschorner, oder wie er ausgesprochen wird. Es ist jetzt komplett auf, hier, privat gestellt. Ja, hier auch bei den Beiträgen. Man sieht nur noch das hier. Ja, man kann noch nicht mal mehr auf sein Profilfoto klicken. Es ist komplett privat gestellt, wo man so denkt, naja, lieber Stefan Beschorner, dann gib doch einfach ein Statement ab, dass du nicht derjenige bist. Du hättest einfach nur ein kleines Statement-Video machen. Ja, wie gesagt, schaut euch bitte das Video bei dem Mad in Germanie an. Wenn ich schon einen Ausschnitt aus dem Video verwende, möchte ich ja wenigstens das verlinken. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Oder theoretisch könnt ihr ihn auch hier im Bild ablesen. Ich weiß nicht, ob das zu klein ist jetzt bei der Auflösung. Ja, abonniert meinen Kanal und guckt mal wieder rein. Bis bald. Bis bald! Tschüss Alright, finally. Dr E R